Helmut Karl Bernhard von Moltke lebte von 1800 bis 1891 und er war ein preußischer Generalfeldmarschall. Seit 1811 beim Militär erhielt er 1835 Urlaub für eine Bildungsreise nach Südosteuropa. Auf Einladung des osmanischen Kriegsministers Hüsurv Pasha diente er von 1836 bis 1839 als Instrukteur der osmanischen Truppen. In dieser Zeit bereiste er Konstantinopel, die Schwarzmeerküste, das Taurusgebirge und die Wüste von Mesopotamien. Und nahm 1838 an einem Feldzug gegen die Kurden teilen. Im April und Mai 1837 begleitete er Sultan Mahmud II. auf dessen Reise in die Donau Fürstentümer und nach seinen Plänen wurden dort unter anderem vier Festungen gebaut. Sein Reisebericht über diese Zeit veröffentlichte Moltke im Jahr 1841 unter dem Titel Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839. Später bekannt unter dem Namen Unter dem Halbmond. Besuch beim Pasha von Neu-Orsova Reise durch die Wallachrei, Bukarest. Bukarest, den 25. Oktober 1835 Dicht unterhalb von Alt-Orsova taucht aus den Fluten des Donaustroms ein Einland empor, das eine türkische Festung trägt. Die Österreicher, die sie erbaut, tauften sie Neu-Orsova. Die Türken eroberten den Platz und obwohl seitdem ihre Grenzen von den Karpaten bis zum Balkan zurückgedrängt wurden, haust noch heute ein Pasha in Arla Kalesi, der Inselfestung. Weit hinausgeschoben zwischen christliche Länder ragt hier ein letztes Minaret empor, von dem die Verehrung des Propheten verkündet wird. Und die Türken, die von ihrem eigenen Grund und Boden aus Serbien und der Wallachrei verbannt sind, finden auf jeder Insel Zuflucht. In Begleitung eines Zoll- und Gesundheitsbeamten wurde meinem Reisegefährten, dem Baron von Berg, und mir erlaubt, seine türkische Exzellenz einen Besuch abzustatten. In 15 Minuten waren wir da. Osman Pasha empfing mit viel Freundlichkeit zwei Fremde, die aus dem fernen Lande Brandenburg kamen. Er ließ uns Kaffee reichen und pfeifen und gestattete uns, seine Festung zu besehen. Der Pasha ist ein stattlicher Herr mit rotem Bart, aber so unbeschreiblich schlecht logiert, wie bei uns kein Dorf Schulze. Sein Palast ist am Bretterschuppen. Trotz der empfindlichen Kälte saßen wir in einem halboffenen Gemach ohne Fensterscheiben. Unnötigerweise hatten wir einen Frack angezogen, während seine Exzellenz in zwei bis drei Pelzen, einer größer und weiter als der andere, erschien. In der Stadt überraschte uns die Unreinlichkeit der engen Straßen. Die Anzüge der Männer waren rot, gelb, blau, kurz von den schreinendsten Farben, aber alle zerlummt. Die Frauen schlichen tief erhüllt wie Gespenster umher. Alle Wohnungen trugen Spuren des Verfalls und an der Festung ist, glaube ich, seit der Innenbesitznahme kein Ziel ausgebessert. Am 31. Oktober setzten wir unsere Reise durch die Wallachai fort. Wenn mein Urteil über dieses Land nicht sehr günstig ausfällt, so muss ich ehrlicherweise bemerken, dass ich nur den noch in den letzten Feldzug furchtbar verwüsteten Teil gesehen habe. Vielleicht sind die nördlichen Gegenden besser. Dabei durchzogen wir diese Einöle während eines mehrtägigen, unausgesetzten Regens und es war ein Glück für mich, die mühevolle Reise wenigstens in angenehmer Gesellschaft zu machen. Wir hatten uns in Orsova einen Leiterwagen gekauft. Denn die wallachrischen Vorwerke sind wie Kinderwagen. Nicht über zwei Fuß vier Zoll hoch und so kurz und eng, dass kaum ein Mensch darin sitzen kann. Führt auch so wenig Gepäck mit wie wir. An dem ganzen Wagen ist nicht das kleinste Stück Eisen. Narbe, Achse, alles aus Holz. Ebenso wenig darf man irgendeine Art von Metall an dem Pferdegeschirr suchen. Wir fanden die Flüsse so angeschwollen, dass das Wasser bis in unseren großen Wagen trat und gratulierten uns, nicht noch zwei Fuß niedriger zu sitzen. Unsere Karosse galt aber als eine Voyager-Monster, ein großes Gefährt. In der Wallachrei. Man spannte uns acht Pferde vor und an schwierigen Stellen noch einige Büffeln. Wo es der Weg gestattete, da ging es in schnellem Galopp und unter lautem Schreien der Postillone davon, die ohne Sattel auf den kleinen Pferden saßen und fast die Erde mit den Beinen berührten. Das Rufen benachrichtigt schon von Weitem die Poststation und wenn man in den umzäunten Hof fährt, stehen die neun Pferde bereit. Der Regen goss unaufhörlich vom Himmel und mein Hut war so durchweicht, dass sie ihn aus dem Wagen warf. In Krajowa mussten wir, um unsere Pelze zu trocknen, zum Bäcker schicken und erhielten sie wie eine Art Backwerk halb verbrannt zurück. In den Dörfern fand man nichts, weder Essen noch Trinken noch Nachtquartier. Selbst die Postämter sind elende Hütten oder nur Höhlen in der Erde, mit einem Dach aus Zweigen überdeckt. Von einer solchen Armut hatte ich bisher keine Vorstellung. Nicht wenig erfreut waren wir in Bukarest ein Gasthaus zu finden. Seit Orsova hatten wir keins gesehen. Obwohl wir uns fast unter dem gleichen Breitengrad wie Genua befinden, wo ich mich vorigen Jahres um diese Zeit des schönsten Sommers erfreute, so ist hier doch schon alles in tiefem Winter erstarrt. Wir durchstreifen indes die Stadt, die Kasernen, die Salons und rüsten uns zur Reise nach Konstantinopel. In Bukarest erblickt man die elendsten Hütten neben Palästen im neuen Stil und alte Kirchen von bizotinischer Art. Die bitterste Armut nehmen sich neben dem üppigsten Luxus und Asien und Europa scheinen sich in dieser Stadt zu berühren. Zustand der Wallachrei Die Spuren langer Knechtschaft, Konsulate, geringe Einwirkungen der Regierung auf das Land, Vergleich mit Serbien Die Wallachrei ist seit fünf Jahren erst in die Reihe christlicher Länder getreten. Und wenn dies zwar unter der Bedingung einer doppelten Abhängigkeit geschah, so hat sie doch das Recht verlangt, ihre innere Verwaltung nach eigenem Ermessen zu regeln. Die Physiognomie dieses Landes trägt die furchtbarsten Spuren einer langen Knechtschaft. Zur Hälfte noch in Trümmern und Schutthaufen liegen die Städte ohne Mauern, ohne Tore, denn jede Gegenwehr war bisher verbrechend gewesen. Nachdem der Widerstand sich so oft fruchtlos gezeigt, nachdem er so oft verderblich geworden war, dachte der Wallacher an keine andere Rettung mehr als an die Flucht. Sobald eine türkische Schar über die Donau herangezogen kam, entwich, wer etwas zu verlieren hatte, in die Wälder, nach Ungarn oder nach Siebenburgen. Von dem zum Ackerbau geeigneten Boden ist kaum der fünfte Teil bestellt und so gleicht er in dieses Land in der Tat nur einer weiteren Wüstenei, einer Wüstenei freilich, die nur auf fleißige Menschenhände wartet, um jede Mühe überschwänglich zu lohnen. Der Wallacher hat von seinem Vater gelernt, nie mehr anzubauen, als gerade ausreicht, sein Leben kümmerlich zu fristen. Ein mehr wäre nur die Beute seiner Machthaber oder seiner Feinde gewesen. Gewohnt, sich mit dem Allergeringsten zu begnügen, kennt er keine der tausend Bedürfnisse anderer Nationen, scheut die Dürftigkeit nicht so sehr wie die Arbeit, den Zwang der Gesittung mehr als das Elend der Barbarei. Die Wallachen sind ein auffallend schöner, großer Menschenschlag. Ihre Sprache ist eine Tochter der römischen und noch heute der italienischen ähnlich. Aber das türkische Joch hat dieses Volk völlig geknechtet. Die Waffen sind ihm lange schon so fremd geworden, es ergibt sich in jede Forderung. Jeder wohlgekleidete Mann imponiert dem Wallachen, er hält ihn für völlig berechtigt, ihm zu befehlen oder Dienstleistungen von ihm zu verlangen. Nie wird man einem Wallachen dankbar sehen, selbst wenn ein Geschenk alle seine Erwartungen übersteigt. Aber ebenso stillschweigend nimmt er auch Misshandlungen hin. Er hält es für unklug, seine Freude und seinen Schmerz zu verraten. Dagegen findet man ihn stets heiter, wenn er in einer elenden Erdhöhle am mächtigen Feuer seine durchnässten Lumpen trocknen, einen Maiskolben rösten oder gar eine Pfeife rauchen kann. So viele unserer Landsleute wandern aus, um sich in fremden Weltteilen ein besseres Dasein zu gründen. Und so wenige versuchen es, aus dieses reichen Landes Quellen zu schöpfen, wo jede Arbeit ihren Lohn finden müsste, wenn nur Schutz und Sicherheit des Eigentums vorhanden wären. Man hat sich in den Hauptrichtungen durch das Land Postverbindungen hergestellt und der Reisende wird in der günstigen Jahreszeit äußerst schnell, aber auch äußerst unbequem befördert. Allein, da für Straßen und Brücken bis jetzt auch noch nicht das Allermindeste geschehen ist, so grenzt es fast an Unmöglichkeit, sich nach anhaltendem Regen in diesen schweren Lehmboden von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die Flüsse, die von den Karpaten herabstürzen, füllen dann ihre breiten Betten in der Ebene und unterbrechen jeden Verkehr. Mit der Wegbarkeit sieht es in diesem Land noch schlechter aus. Straßen gibt es nicht. Die Donau zieht nur an der Grenze entlang und die Flüsse, die ihr zuströmen, sind nicht schiffbar und auch kaum schiffbar zu machen. Man staunt, in dieser Wüstenei eine Stadt wie Bukarest mit fast 100.000 Einwohnern zu finden. In Bukarest gibt es Palais, Gesellschaften und Visiten, Theater, Marchandemont, Zeitungen und Nippikagen. Aber so wie man den Fuß vor das Tor setzt, versinkt man in Barbarei. Man hat eine Gesellschaft von Naturforschern und eine Musterwirtschaft gegründet, aber selbst der Anbau der Kartoffel ist in der Wallachrei noch nicht eingeführt. In der Stadt sieht man den Hof, aber im Lande die Regierung nicht. Serbien bietet in vielen Beziehungen das Gegenstück zu Wallachrei. In Serbien gibt es weder Bojan noch anderen Adel, weder große Städte noch einen Hof, sondern nur Volk und Fürst. Miloš, dieser außerordentliche Mann, hat mit dem Schwert die Freiheit seiner Landsleute erkämpft. Aber er hat es verschmäht, ihren bürgerlichen Zustand zu begründen. Miloš Obrenovic war während seiner Anwesenheit in Konstantinopel mit seltener Auszeichnung empfangen worden und in Istepforte noch wahrhaft entgeben, denn er ist klug genug einzusehen, dass nur durch sie sein Fürstentum bestehe. Im Inneren seines Landes herrscht er durch das Andenken an große Verdienste, durch die Vereinigung aller materiellen Gewalt in seinen Händen und durch den Einfluss eines ungeheuren Reichtums. Nach außen ist er stark durch den kriegerischen, tüchtigen Charakter des serbischen Volkes. Denn obwohl seine Miliz nicht zahlreich ist, so weiß doch jeder Serbe, die Waffen zu führen, für deren Besitz er so lange gekämpft hat. Wallachische Schlitten Gurgujevo, Rustschuk, Reise mit dem Tartaren, Schumla, türkische Bäder, der Balkan, Adrianopel, Ankunft in Konstantinopel. Konstantinopel, den 29. November 1835. Nach achttägigem Aufenthalt in Bukarest setzen wir unsere Reise im Schlitten fort. Wenn man diese schmeichelhafte Benennung für ein Vorwerk gebrauchen will, das eigentlich nichts war, als eine mit vier Pferden bespannte Schleife und diese noch dazu so eng und kurz, dass die Beine über den Rand hervorragten und man bei der schnellen Bewegung sich nur mit äußerster Anstrengung im Sitz hielt. Auch hatten wir die erste Post noch nicht erreicht, als unser Postillon gestürzt und ich zweimal aus dem Schlitten gefallen bin. Der Führer des Miniaturfahrzeugs nahm davon nicht im mindesten Kenntnis. Er jagte mit seinen kleinen Pferden weiter und man hatte die äußerste Mühe, ihn durch Rufen darauf aufmerksam zu machen, dass er ein Stück seiner Fracht verloren habe. Die Bäche waren in den Tälern über die Wege getreten. Das Schlimmste für den europäischen Reisenden in diesen Ländern ist der gänzliche Mangel an Gasthöfen. Wenn man hungrig, durch Nässe und halb erstarrt abends in eine Stadt kommt, findet man für Geld weder eine warme Stube noch ein Bett, noch ein Abendessen. Es bedurfte eines Schreibens des Fürsten, um uns in Kujo Aufnahmen in eine Privatwohnung zu verschaffen. Man sieht in dieser Stadt noch deutlich genug die Spuren der Verwüstung aus den letzten Kriegen. Die Festungswerke nach der Landseite sind geschleift, an der Donau sind dagegen einige Bollwerke stehen geblieben. Die Lage an dem schiffbaren Strom wird aber gewiss den Ort bald wieder heben. Und schon jetzt steigen außer den Kirchen mit ihren byzartinischen Kuppelturmen einige stattliche steinerne Gebäude empor. Am folgenden Morgen setzten wir über den hier sehr breiten Strom, der an dieser Stelle mehrere Inseln bildet. Der Wind half uns gegen die starke Strömung, denn Gyogewo liegt etwas außerhalb Rusçuks. Dort betraten wir türkischen Boden. Alles in dieser Stadt erschien uns neu und außerordentlich. Wir sahen mit ebenso viel Erstaunen um uns, als wir von den Eingeborenen mit Erstaunen angesehen wurden. Unser Weg führte uns am Palast des Pashas vorüber, einem großen, baufälligen Haus aus Fachwerken mit vergitterten Fenstern und weit hervorragendem Dach. Gegenüber auf einem freien Platz standen einige Kanonen. Hierauf durchwanderten wir den Bazar, eine lange Straße zwischen zwei Reihen von Buden, deren Dächer fast zusammenstießen, sodass man einigermaßen gegen Sonne und Regen geschützt geht. Pfeifen, Pferdegeschirr, baumwollene und halbseidene Gewebe, Früchte, Stiefel und Pantoffeln waren die einzigen Gegenstände, die dieser Markt bot. Endlich erreichen wir das Han oder den türkischen Gasthof. Dieser gewährte den Reisenden ein Obdach, aber auch durchaus weiter nichts. Irgendein reicher Pasha erbaut ein solches Hotel als eine Art fromme Stiftung, aber niemand denkt daran, es zu möblieren oder nur in baulichen Stand zu erhalten. Jedes Han hat seine Fontäne, die reicheren haben zugleich eine Moschee oder Bad, aber der Reisende muss sein Lager und seine Mahlzeit selbst mitbringen. Mir fiel es besonders auf, dass eine Stadt, die einen so rauen Winter hat, wie hier an den Ufern der Donau, nicht einmal Fensterscheiben zu finden waren. Die Fenster waren entweder ganz offen oder höchstens mit Papier verklebt. Wir hatten aus Bukarest eine Empfehlung an einen griechischen Kaufmann, der sich in dem Han förmlich eingerichtet hatte und seine Strohmatte, seine Kissen, seine Mahlzeit mit uns teilte. Er schloss auch den Handel mit einem Tartan ab, der es für nicht ganz hundert Taler übernahm uns mit unserem Gepäck nach Konstantinopel zu schaffen, wobei er zugleich für die Zehrung zu sorgen hatte. Es ist mir noch ein Rätsel, wie es uns gelang, uns über alle diese Dinge zu verständigen, denn unser griechischer Wirt abends konnte gerade noch so viel Deutsch oder Französisch wie wir Türkisch oder Griechisch. Bei Tagesanbruch trabten wir über das holprige Steinpflaster zum Tor hinaus. Unsere kleine Karawane bestand aus fünf Reitern und sieben Pferden. Voraus ritt mit einem Handpferd der Wegweiser, ein Arabe, dessen schwarzes Gesicht in der weißen Winterlandschaft etwas deplatziert aussah. Der Sohn der Wüste versank oft bis zu den Bügeln im Schnee. Ihm folgte der Zulu-Chi, der Pferdejunge, mit dem Packpferd an der Hand und dann wir mit dem Tartaren. Alle waren bewaffnet und führten in der Regel den Kamchik, eine langene Peitsche mit kurzem Stiel. Anhaltender Regen hatte, ehe der Frost eintrat, den schweren Lehmboden sehr aufgeweicht. Jetzt waren alle diese Unebenheiten festgefroren und durch hohen, aber lockeren Schnee verdeckt. Es war daher ein halsbrecherisches und langwieriges Reiten. Die Tartaren, wenn sie auch noch so früh ausreiten, halten erst abends an. Die Pferde bleiben oft 12 bis 14 Stunden ohne Futter. Bergauf reitet man Schritt, in der Ebene einen kurzen Zuckeltrapp, der den Reiter schrecklich ermüdet. Bergab aber, selbst auf den abscheulichsten Wegen, geht es im Galopp. Sobald man das Nachtquartier nur aus der Ferne sieht, setzt sich alles in Galopp und nun geht es mit vollem Rennen und mit lautem Allah-Rufen über halsbrecherische Steinpflaster, welche durch enge, abschüssige Straßen bis an den Hof des Hann oder der Karawanserei. Der Suruchi führt dann die dampfenden Pferde wohl eine Stunde lang noch herum. Der Reiter aber zieht sogleich die Stiefel aus und streckt sich auf das Kissen am Kaminfeuer. Man bringt die Kanne und das Waschbecken und reicht gleich darauf eine winzige Tasse ohne Unterschale, aber auf einem kleinen Messingfuß mit Kaffee ohne Zucker und ohne Milch. Den Kaffeesatz in der Tasse. Dann kommt die Pfeife zum Vorschein und endlich breitet man ein Leder vor dir aus, welches eine Schüssel Pilaf gesetzt wird und unmittelbar darauf legt sich jeder schlafen, angezogen wie er ist. Wer nicht an Reisen zu Pferde gewöhnt ist, den kann ich einen Ritt im Winter mit dem Tartan durch Bulgarien und Rumälien nicht empfehlen. Am Abend des zweiten Tages erreichen wir Schummler. Nachdem man die Höhe, auf welcher das Fort Strandschal liegt, erstiegen hat, hat man einen prächtigen Anblick auf die Stadt mit ihren zierlichen Minarets und großen Kasernen. Auf die steilen Berge, welche hinterher emporsteigen und die weite Ebene, die bis zur Donau reicht. Die Vorberge des Balkan umfassen Schummler in Form eines Hufeisens und die offene Seite ist durch Verschanzungen geschützt. Die Stadt ist weit freundlicher und besser gebaut als Rustschuk und die Hauptmoschee sehr zierlich und schön. Hunger, Kälte und Ermüdung nach 14-stündigem Rütt schütteln mir die Glieder mit Fieberfrost, als ich im Kavanserei abstieg, um die kurzen Steigbügel des Tartansattels hatten meine Beine fast gelähmt. Man schlug mir vor, ins Haman oder türkische Bad zu gehen. Da ich von diesem Bad noch keine Vorstellungen hatte, so schleppte ich mich mühsam dahin, um es wenigstens zu sehen. Wir traten in ein weites hohes Gewölbe, in dessen Mitte ein Springboden plätscherte, der mir die Kälte sozusagen anschaulich machte, die in diesen Räumen herrschte. Ich verspürte nicht die geringste Versuchung, nur das kleinste Stück meiner Toilette abzulegen. Überdies sah ich überhaupt keine Badewanne und dachte nur mit Schrecken an den Springboden und seine Eiszapfen. Mit Erstaunen erblickte ich auf der hölzernen Estrade, die rings das Gemach umgab. Mehrere Männer auf Teppichen und Matratzen liegen. Bloß mit einem dünnen Leintuch zugedeckt, behaglich die Pfeife rauchend und sich wie an einem schwülen Sommertage an der Kühle labend, die mir diesen Augenblick so entsetzlich schienen. Der Badewärter, der unsere bedenklichen Minen las, führte uns in ein zweites Gewölbe, in dem schon eine ganz anständige Hitze war. Hier bedeutete man uns durch Zeichen, dass wir uns entkleiden möchten. Man wickelt sich ein halbseidenes blaues Tuch um die Hüften und bekommt ein Handtuch als Turban um den Kopf, von dem angenommen wird, dass er nur aus Versehen nicht geschoren ist. Nach dieser Einkleidung schob man uns in eine dritte gewölbte Halle hinein, dessen Marmorner Fußboden so stark aufgeheizt war, dass man ihn nur auf hölzernen Pantinen betreten konnte. Unter der Mitte der Kuppel, durch deren sternförmige, mit dickem Glas geschlossene Öffnungen das Tageslicht eindringt, erhebt sich ein zweifußhohes Plateau mit Marmor, Jaspis, Porphyr und Agath reich ausgelegt, auf welches man sich behaglich hinstreckt. Der Telekchi oder Badewärter schreitet nun zu einer ganz eigentümlichen Prozedur. Der ganze Körper wird gerieben und alle Muskeln gereckt und gedrückt. Der Mann kniet einem auf der Brust und fährt mit dem Knöchel des Daumens über das Rückgrat. Alle Glieder, die Gliedfinger und selbst das Genick bringt er durch eine leichte Manipulation zum Knacken. Wir mussten oft laut auflachen, aber der Schmerz nach dem langen, mühseligen Ritt war verschwunden. Durch Klatschen in die Hände gibt der Telekchi das Zeichen, dass er mit seiner Operation fertig sei. Man begibt sich nun in die kleinen, noch stärker erwärmten Zellen, welche die große Halle umgeben. Hier sprudelt klares Wasser in Marmorbecken, und zwar nach Belieben, aus zwei Hähnen, warmes und kaltes. Der Patient wird nun demselben Verfahren unterworfen wie die türkischen Pferde beim Striegeln, indem nämlich der Wärter einen kleinen Sack aus Ziegenhaar über die rechte Hand zieht und damit den ganzen Körper anhaltend überfährt. Dies ist allerdings eine gründliche Reinigung und man möchte sagen, dass man noch nie gewaschen gewesen ist, bevor man nicht ein türkisches Bad genommen hat. Der Telekchi erscheint nun aufs Neue mit einer großen Schüssel mit wohlriechendem Seifenschaum. Mittels eines großen Quastes aus den Federn der Palmenrinde seift er seinen Mann vom Scheitel bis zur Fußsohle, Haare, Gesicht, alles ein und mit wahrem Vergnügen gießt man sich dann das kalte Wasser über Kopf, Brust und Leib. Jetzt ist man fertig. Statt der durchnästen Tücher erhält man Trockene, über dem Feuer erwärmte, umgewickelt. Ein Turban auf den Kopf und ein Laken über die Schulter. Denn die größte Schicklichkeit wird beobachtet. Berg und ich erkannten uns in dieser Maskerade kaum wieder und mussten einer über den anderen lachen. Wir streckten uns nun in der Eingangshalle so behaglich hin, wie wir es von den Türken sahen. Man schlürft ein Scherbett, also ein kaltes Limonadengetränk, Kaffee oder raucht die Pfeife und empfindet die Kälte nur als angenehme Erfrischung. So innerlich durchwärmend ist der Körper. Die Haut fühlt sich glatt und äußerst geschmeidig an und es ist gar nicht zu beschreiben, wie erquickend und wohltuend ein solches Bad auf große Ermüdung wirkt. Nach einem köstlichen Schlaf setzten wir am folgenden Morgen unseren Ritt so frisch fort, als ob wir noch keine Anstrengungen gehabt hätten. Da alle Bäche und Flüsse über die Ufer getreten waren, so mussten wir uns vom Schumla zu einem weiten Umweg über Eski Schumla und Osman Basari entschließen. Von dort erstiegen wir ganz allmählich und auf breiten Schneeflächen den Balkan und nachdem wir einen felsigen Grat überschritten hatten, sahen wir das tiefe Tal von Kazan vor uns, in welches die Straße sich steil hinabsenkt. Die Stadt Kazan erblinkt man erst in einer letzten Schlucht zwischen den schroffen hohen Felswänden. Jenseits findet sich nur der für Reiter geeignete Pfad wieder sehr steil empor. Der Weg wird nun dadurch, dass er sich über mehrere kleine Rücken und durch tiefe Wälder zieht, äußerst beschwerlich. Endlich erreicht man die letzte Höhe, von der man weit über das rumälische Hügelland hinausschaut. Hier wehte uns eine mildere Luft entgegen. Der Schnee verschwand, die Bäume trugen noch Laub und zahlreiche Krokusse blühten auf den grünen Wiesen. Längs einer Schlucht, deren Tiefe durch Wolkennebel verhüllt war, ging es nun in vollem Galopp durch Frucht- und Olivengärten dem Städtchen Islenia zu. Von Islenia gewährt das hohe, zackige Gebirge einen prachtvollen Anblick. Wolken hingen an den Gipfeln, während die Sonne die kahlen Steinwände beschienen, welche die kühnsten und malerischsten Formen zeigen. Ehe wir das Nachtquartier erreichten, war es Abend geworden. Und wir bemerkten, dass unser Tatar, mit dem wir keine Silbe reden konnten, sich verirrt hatte. Wir befanden uns auf einer weiten Wiese, von den Überschwemmungen der Tunja nach allen Richtungen umgeben. Dabei war es so finster, dass man nicht drei Schritte vor sich sah und wir alle Mühe hatten, nicht von unserem Führer abzukommen. Wir stießen auf große Herden von Kühen und Ziegen, aber alles Rufen nach dem Hürden war vergebens. Sie mochten wohl wissen, was der Besuch eines Tataren ihnen Dienstleistung ohne Lohn verhieß. Dieser erwischte schließlich, Gott weiß wie, einen kleinen Ziegenhirten, knebelte ihn sogleich, band ihn mit dem Kamtschick an sein Pferd und zwang ihn durch dick und dünn vor uns herzutraben. Der kleine Bulgare wehrte sich herzhaft, schrie, als ob er gespießt würde und ich erwartete jeden Augenblick ein paar Flintenschüsse von seinen Angehörigen. Es war ein widriges Gefühl, dieses Unrecht dulden zu müssen, aber wir konnten uns weder verständigen noch der Hilfe des Knaben entbehren. Als ob der Himmel die Unbilde rächen wollte, strömte der Regen auf uns hinab und nur einzelne Blitze erhielten die Gegend vor uns. So zogen wir wohl eine halbe Stunde fort, bis unser kleiner Führer vor einer elenden Hütte Halt machte, von der wir sogleich Besitz nahmen. Nur mit Mühe gelang es, aus grünen Tannenzweigen ein Feuer mitten auf dem Fußboden anzufachen und der Rauch wurde bald so unerträglich, dass man es nur an der Erde liegend aushalten konnte. Zu essen gab es hier nichts und wir mussten und bis auf die Haut durchnässt, schlafen legen, wenn selbst die Mantelsäcke trieften vor Regen. Ich suchte mir den trockensten Platz in der Hütte und schlief aus Ermüdung sehr bald ein. Als ich am folgenden Morgen aufwachte, fühlte ich jedoch, dass ich kein ganz bequemes Lager gehabt hatte. Ich befand mich auf einer alten Schleife, deren ganze Fläche mit scharfen Feuersteinen besetzt war. Man drischt hier nämlich das Korn nicht wie bei uns, sondern legt es im Freien auf eine Art Tenne und fährt dann mit den beschriebenen Schlitten im Kreis darauf herum. Das Stroh wird dabei zugleich zermalmt und für die Pferde genießbarer gemacht. Nachdem wir unseren kleinen Führer reichlich beschenkt hatten, setzten wir bei fortwährendem Regen die Reise weiter fort. Aber schon mittags mussten wir in einem elenden Dorf verliegen bleiben, weil es keine Möglichkeit gab, einen der Zuflussbäche zur Tunscha zu passieren. Als am folgenden Morgen das Wasser etwas gefallen war, furteten wir durch. Das Packpferd aber stürzte mit unseren Sachen in den Fluss und wäre beinahe davon geschwommen. Die Wege waren bodenlos aufgeweicht und unsere Karawane gewährte den traurigsten Anblick, als wir endlich in Adrianopel einzogen. Wie alle türkischen Städte ist auch Adrianopel von außen gesehen sehr schön. In einem weiten Wiesental zwischen mächtigen Baumgruppen und schlängelnden Flussarmen gelegen, erheben sich die Kuppeln und Minarets, die Mauern und Türme über ein Gewirr von flachen roten Dächern, zwischen denen lichtgrüne Sträucher und hohe schwarze Zypressen hervorleuchten. Die mächtige Moschee Sultan Selims mit ihren vier schlanken Minarets ragt auf dem höchsten Hügel über die ganze Stadt empor, welche von Weinbergen, Gärten und Ackerfeldern umschlossen ist. Unser Tartar in des trieb zur Eile und am zehnten Morgen, seit wir aus Rustschuk ausgegrüttet waren, sahen wir die Sonne hinter einem fernen Gebirge emporsteigen, an dessen Fuß sich ein Silberstreifen hinzog. Es war Asien, die Wiege der Völker, es war der schneebedeckte Olymp und der klare Propontis, auf dessen tiefen Blau einzelne Segel wie Schwäne schimmerten. Bald leuchtete aus dem Meer ein Wald von Minarets, von Masten und Zypressen im Vor. Es war Konstantinopel. Fahrt von Konstantinopel auf dem Bosporus nach Bojogdere Konstantinopel den 3. Dezember 1835 Nachdem wir eine Nacht in Pera geruht hatten, setzten wir uns in einen der äußerst zierlichen, leichten Nachen, die zu Hunderten im Hafen dem Goldenen Horn herumfahren. Die Ruder sitzen schon fertig und warten. Burjun Kapitän Hekim Baschis rufen die Türken, die von jemandem, der den Hut trägt, voraussetzen, dass ein Schiffskapitän oder ein Arzt sein müsse. Elado Cerebi hierher gnädiger Herr, die Griechen. Sobald man sich entschieden hat, wem man den Vorzug geben will und unter auf dem Boden des schwankenden Fahrzeugs Platz genommen hat, versetzen ein paar Ruderschläge den Nachen aus dem Getümmel der Wartenden hinaus ins Freie. Aber wie soll ich dir den Zauberschildern, der uns jetzt umfängt? Aus dem rauen Winter waren wir in dem mildesten Sommer aus einer Einöle in das regeste Leben versetzt. Die Sonne funkelte hell und warm am Himmel und nur ein dünner Nebel umhüllte durchsichtig den feenhaften Anblick. Zur Rechten hatten wir Konstantinopel mit seinen bunten Häusermasse, über welche zahllose Kuppeln, die kühnen Bogen einer Wasserleitung, große steinerne Hans mit Bleidächern, vor allem aber die himmelhohen Minarets emporstiegen, welche die sieben riesengroßen Moscheen Selims, Mehmetz, Sulamans, Beisitz, Valide, Achmetz und Sophia umstehen. Das alte Serei streckt sich weit hinaus ins Meer mit seinen fantastischen Kiosken und Kuppeln mit schwarzen Zypressen und mächtigen Platanen. Der Bosporus wälzt gerade auf diese Spitze zu seinen Fluten, die sich schäumend am Fuß der alten Mauer brechen. Dahinter breitet sich der Propontis mit seinen Inselgruppen und Felsienküsten aus. Der Blick kehrt aus dieser duftigen Ferne zurück und heftet sich auf die schönen Moscheen von Skutari, der asiatischen Vorstadt, auf den Mädchenturm, welcher zwischen Europa und Asien aus der tiefen Flut auftaucht, auf die Höhen, die noch mit frischem Grün Prangen und auf die weiten Begräbnisplätze im Dunkel der Zypressenwälder. Wir eilen zwischen großen Kauffahrern mit den Wimpeln aller Nationen und riesenhaften Linienschiffen hindurch aus dem goldenen Horn in den Bosporus. Zahllose Kaiks glitten in alle Richtungen über das unbeschreiblich klare tiefe Wasser. Jetzt wendeten wir uns links um das Vorgebirge, welches Pera, die Frankenstadt und Galata mit seinen alten Mauern und den gewaltigen runden Turm trägt, von welchem einst die Genueser die Eroberung Konstantinopels teilnahmslos zuschauten. Wegen der heftigen Strömung halten sich die Nachen beim Hinauffahren ganz dicht an das europäische Ufer und wir betrachteten mit Vergnügen die Sommerwohnungen, die von den Wellen bespült werden. Die Fenster sind mit dichten Rohrgittern geschlossen und die Gärten von Lorbeer und Granatbäumen beschattet und mit zahlreichen Blumentöpfen besetzt. Eine Menge blühender Rosen lachte den Vorüberfahrenden aus dem Gitterfenster der Gartenmauern entgegen und Delfine sprangen schnaubendicht neben dem Kahn über die glatte Fläche empor. Auf beiden Seiten des Bosporus reiht sich eine Wohnung an die andere. Eine Ortschaft folgt der anderen und die ganze drei Meilenweite Strecke von Konstantinopel bis Bujukdere bildet eine fortgesetzte Stadt aus zierlichen Landhäusern und herrlichen Palästen. Aus Fischerhütten, Moscheen, Cafés, alten Schlössern und reizenden Kiosken. Besonders liegt Teriapa, wo die Botschafter Englands und Frankreichs wohnen. Der Ort schaut aus wie von jetzt an felsigen und unbebauten Bergwänden des Bosporus hinaus ins Schwarze Meer. Links um eine weite Bucht reihen sich die Häuser von Bujukdere mit den Gebäuden der österreichischen, russischen, preußischen und anderen Gesandtschaften. Wir gingen in Bujukdere an Land und stellten uns unserem Gesandten vor, der uns mit der ausgezeichneten Güte und Freundlichkeit empfing und uns sogar eine Wohnung in seinem reizend gelegenen Haus einräumte. Besuch beim Seraskier Pascha Konstantinopel den 24. Dezember 1835 Vor einigen Tagen begleiteten wir unseren Gesandten zu einer Audienz bei Mehmet Josef Pascha dem allgewaltigen Kriegsminister und Oberkommandierenden. Die Wohnung dieses Würdenträgers ist ein ausgedehntes hölzernes Gebäude welches einen schönen Blick auf das Marmara-Meer gewährt. Der Seraskier empfing den Gesandten stehend in einem sehr großen Saal mit vielen Fenstern. Außer dem breiten Divan befanden sich Sofas Stühle Tafel Uhren und Tische im Zimmer. Ebenso viele Dokumente zeugten von der Europäisierung des türkischen Generals. Ein schöner Teppich bedeckte den Fußboden und ein großes bronzenes Kohlenbecken glühte in der Mitte des Saals. Nachdem man sich gesetzt hatte, waren wohl 20 bis 30 Agas beschäftigt, die Pfeifen und den Kaffee zu reichen. Denn je mehr man seinen Gast ehren will, je mehr Diener müssen erscheinen. Diese Schar zog sich dann in tiefer Stille, die Hände als Zeichen der Ehrfurcht vor dem Leib gekreuzt, rückwärts zur Tür und verschwand auf einen Wink des Gebieters. Der Seraskier führte die Unterhaltung mit Hilfe eines Dragomans, eines Dolmetschers, mit Filiowalität und Ungebundenheit. Er richtete auch einige Fragen an mich über das preußische Landwehrsystem, welche zeigten, dass er sich wohl mit diesem Gegenstand beschäftigt hatte und rühmte sehr die Vortrefflichkeit unserer Militäreinrichtungen. Du weißt, dass meine Absicht war, nur etwa drei Wochen in Konstantinopel zu verweilen und dann über Athen und Neapel zurückzukehren. Nun hat aber der Seraskier mich durch die Gesandtschaft förmlich auffordern lassen, die Abreise zu verschieben, was meinen ganzen Reiseplan ändert. Ich muss meinen Gefährten, den Baron Berg, allein ziehen lassen, was mir in jeder Beziehung äußerst leid ist. Spaziergang durch Tofane öffentliche Briefschreiber Galater Konstantinopel den 4. Januar 1836 Ich schrieb dir in meinem letzten Brief, dass mein Aufenthalt sich unerwartet verlängert. Der Seraskier lässt mich jede Woche ein paar Mal rufen, da die Türken aber jetzt den Ramadan feiern, wo alle Geschäfte des Tages über ruhen, so finden die Besuche des Nachts statt. Das zehnrudrige Kaik des Seraskiers erwartet mich zu Galater und am jenseitigen Ufer des Hafens finde ich seine Pferde, ebenso geht es zurück. Voraus schreitet ein Kavas oder Polizeisoldat, der mit seinem langen Stock unbarmherzig auf alles los schlägt, was nicht aus dem Weg geht. Dann folgt der Imrohor oder Stallmeister des Pashas und zwei Fackelträger zu Fuß, dann ich auf einem schönen türkischen Hengst mit Tigerdecken und goldenen Zügeln, begleitet vom Dolmetscher. Was die Lebensweise hier anbetrifft, so ist sie außerordentlich einförmig. Nach dem Frühstück mache ich bei gutem wie bei schlechtem Wetter eine Promenade, gewöhnlich durch die Hauptstraße von Pera zu dem großen Begräbnis Platz. Die hohen hundertjährigen Zypressen beugen unter der Last des Schnees ihre grünen Zweige zur Erde und die zahllosen aufrecht stehenden Leichensteine sind mit einer Eisrinde wunderbar überzogen. Da, wo der Weg aus dem Zypressenwald tritt, öffnet sich eine herrliche Aussicht auf den Bosporus. Unten liegt Besiktasch, ein Schloss des Großherrn, denn das alte Serei hat er für immer verlassen, weil daran zu fürchterlich blutiger Erinnerung kleben. Auch ist ihm prophezeit, dass er dort sein Leben enden werde. Jenseits erheben sich die schneebedeckten Berger Asiens, Skutari, die Vorstadt mit 100.000 Einwohnern und mitten im Wasser der Leander Turm. Begleite mich nun auf meiner Wanderung, die steile Höhe, welche der Begräbnisplatz krönt, hinab an das Ufer des Bosporus. Wir bleiben ein Weichen stehen und sehen den Wellen zu, die sich mit Macht an den steinernen Kais brechen und schäumend weit über die vergoldeten Gitter bis an den Kiosk des Großherrn Spritzen. Griechen sammeln die Austern, welche die bewegte See ans Ufer wirft und ganze Herden von Hunden verzehren die Reste eines gefallenen Pferdes. Wir wenden uns tun nach rechts an einen prachtvollen Marmorbrunnen vorüber und treten in eine lange Reihe von Kaufläden, deren Dächer oben fast zusammenstoßen. Dort sind es vor allem die Esswaren und Früchte, die meine Wüsste ich nur ein Schiff, so würde ich euch einen schönen Korb füllen. Da gibt es Datteln, Feigen, Pistazien und Kokosnüsse, Manna, Orangen, Rosinen, Nüsse, Granatäpfel, Limonen und viele andere gute Sachen, von denen ich die Namen nicht einmal weiß. Da gibt es Honigbrei, Reisspeisen, Ziegenrahmen und Traubengelee. Alles auf Reinlichste und Beste bereit. Dann kommt der Gemüsemarkt mit Blumen, Kohl, Artischocken, ungeheuren Melonen, Kürbissen, Kaden und Pasteken. Gleich daneben liegen die Erzeugnisse des Meeres. Ungeheure Fische wie der riesenhafte Ton, die silbernen Palamiden, der Goldfisch, die Steinbutte und alle die Meeresungeheuer, die doch so gut schmecken, die Austern, Hummern, Krebse und Krabben. Zwischen mehr als hundert Läden, in denen Chibuks oder Pfeifenrohre, Köpfe aus rotem Ton und lange Spitzen aus Bernstein gefertigt werden, kommt man endlich nach Topane, dem Viertel der Artilleristen. Die von dem jetzigen Großherrn erbaute Moschee Nuserit zeichnet sich durch ihre beiden Minarets, die hundert Fuß hoch sind und deren unterer Durchmesser doch nicht über neun Fuß misst. Wie gut müssen solche schlanken Türme gebaut sein, um Stürmen, oft auch Erdbeben widerstehen zu können. Im Vorhof, der mit schönen Säulen umgeben ist, waschen trotz der kalten Witterung in langen Reihen von Wasserbecken die anlächtigen Moslems Gesicht, Hände und Füße. Denn sonst wird das Gebet nicht akzeptiert. Nach dieser etwas frischen Prozedur kniet der Gläubige das Gesicht gen Mekka gerendet nieder, sagt sein Spruch, zieht seine Ziefstiefel an und geht davon. Nahebei ist die große Moschee Kilijali. In dem schönen Vorhof befinden sich Kaufläden mit anmutigen Sachen. Unter einem Bogen sitzt ein türkischer Briefschreiber, ein Stück Pergament auf dem Knie und eine Rohrfeder in der Hand. Frauen in weiten Mänteln und gelben Pantoffeln, das Gesicht bis auf die Augen verhüllt, erzählen ihm mit lebhaften Gebärden ihre Anliegen und werden mit regungslosen Zügen, beschreibt der Türke das Geheimnis des Harems. Eine Prozessangelegenheit, eine Bittschrift an den Sultan oder eine Trauerpost. Faltet das Blatt zusammen, wickelt es in ein Stück Musselin, drückt ein Siegel von rotem Wachs drauf und empfängt 20 Paarer vor einen Freudenpost wie vor eine Todesnachricht. Die zahllosen Cafés gewähren jetzt einen eigenartigen Anblick. Alles drängt sich um die Feuerbecken, aber der liebliche Dampf des Cafés und der Pfeife fehlt. Es ist das Fest des Ramadan und vor Einbruch der Nacht traf kein rechtgläubiger Essen, Trinken, Tabak rauchen oder sich nur den Geruch einer Blume erlauben. Die Türken schleichen langsam in den Straßen herum und schneiden grimmige Gesichter vor Hunger und ungewohn der Kälte. Sobald aber die Sonne hinter der Moschee Suleimans des Prachtvollen untergeht, rufen die Mahns von allen Minarets Es gibt kein Gott als Gott und nun ist es sogar die Pflicht des Moslems die Fasten zu brechen. Wir sind nun bis an die Mauern von Galata angekommen und steigen zu jenem großen weißen Turm Empor von dem man wieder einen prachtvollen Anblick auf die Stadt jenseits des Hafens auf Skutari jenseits des Bosporus und auf das Mamara Meer die Prinzeninseln und den asiatischen Olymp hat. Rechts breitet sich die mächtige Stadt von einer halben Million Einwohner aus. Die äußerste Spitze mit den hohen Mauern den vielen Kuppeln und dunkelgrünen Zypressen ist das Serai. eine Stadt für sich mit 7000 Einwohnern mit ihren eigenen Mauern und Toren. Dicht daneben wölbt sich die mächtige Kuppel der Sophienkirche jetzt eine Moschee welche das Vorbild zu so vielen anderen Kirchen selbst zu St. Peter in Rom geworden ist. Weiter rechts ragen die sechs prächtigen Minarets der Moschee Sultan Achmed hervor. Wegen ihrer schlanken Form sehen diese Minarets ungleich höher aus als die höchsten Turme unserer christlichen Kirchen. Den höchsten Punkt aber bildet der schöne Turm des Seraskiers. Soweit das Auge reicht nichts als flache Dächer, rote Häuser und hohe Kuppeln. Überragt von der Wasserleitung Kaiser Walens, welche mitten durch die Stadt geht und noch heute nach 16 Jahrhunderten das Wasser für Hunderttausende von Menschen herbeileitet. Durch die weiten Bogen flimmert jenseits der helles Bond und die asiatischen Berge schließen dieses Bild. Rosref Pascha Konstantinopel den 20. Januar 1836 Mehmet Rosref Pascha ist nächst dem Großherrn der mächtigste Mann im Reich. In seiner Erscheinung hat er wohl kaum seines gleichen in der Welt. Stell dir einen Kreis von nahezu 80 Jahren vor, der die ganze Lebendigkeit, Rührigkeit und Laune eines Jünglings bewahrt hat. Das stark rote Gesicht mit schneeweißem Bart, eine gebogene Nase und auffallend kleiner aber blitzender Augen bilden eine markante Physiognomie, die durch die rote über die Ohren herabgezogene Mütze nicht verschönert wird. Der große Kopf sitzt auf einem kleinen breiten Körper mit kurzen krummen Beinen. Der Anzug dieses Generals besteht aus einer blauen Bluse ohne alle Abzeichen, weiten Pansalongs und ledernen Strümpfen. Rosreff Pasha hat sich während 35 Jahren in den höchsten Staatsämtern zu erhalten gewusst, was seiner Gewandtheit alle Ehre macht. Der Siraskier redet fast nur in scherzhaftem Ton, aber die Mächtigen zittern bei seinem Lächeln. Er weiß alles, was in der Hauptstadt vorgeht, hat seine Kundschaft da überall und kennt keine Schonung gegen solche, die sich der neuen Ordnung der Dinge widersetzen. Rosreff Pasha war der Erste, welcher dem Großherrn eine europäisch ausexerzierte Truppe vorstellte und der Erste unter den Großen, welcher die schöne alttürkische Tracht gegen die geschmacklose und unbequeme Nachbildung europäischer Uniform vertauschte. Er gilt daher als ein Hauptbeförderer der Reform. Mir kommt es jedoch manchmal vor, als ob der Seraskier Mehmet Rosreff die Reform in seinem geheimsten Inneren mit der tiefsten Ironie behandle. Aber sie ist ihm das Mittel zur Macht und Macht ist die einzig wahre ungebändigte Leidenschaft dieses Kreises. Wer ihm in dieser Beziehung entgegentritt, sei auf seiner Hut. Jemand, der eine hohe Stellung bekleidet, ohne sie durch ihn erlangt zu haben, gilt ihm schon für einen Feind. Die Frauen und die Sklaven im Orient Arnaud K. bei Konstantinopel den 9. Februar 1836 Wenn von der Sklaverei im Orient die Rede ist, so war dabei fast immer der himmelweite Unterschied übersehen worden, welcher zwischen einem türkischen und einem Negersklaven in Westindien besteht. Schon der Name Sklave in dem Sinne, den wir mit jenem Wort verbinden, ist falsch. Abt heißt nicht Sklave, sondern vielmehr Diener. Abt Allah, der Diener Gottes. Abt Ul Medjid, der Diener der Andacht und so weiter. Ein gekaufter türkischer Diener ist unendlich viel besser dran als ein Gemieteter. Eben weil er das Eigentum seines Herren und noch dazu ein teures Eigentum ist, schont er ihn, er pflegt ihn, wenn er krank ist und hütet sich wohl, ihn durch übertriebene Anstrengungen zugrunde zu richten. Bestimmt doch der Koran, dass Sklaven und Sklavinnen mit nicht mehr als sechs Geißel Hieben gezüchtigt werden sollen. Wenn irgendeine europäische Macht die Freilassung aller Sklaven im Orient bewirkte, so würden diese ihr wenig Dank dafür wissen. Als Kind in das Haus seines Brothern aufgenommen, bildet der Sklave ein Glied der Familie. Er teilt die Mahlzeit mit den Söhnen des Hauses wie er die Arbeit in der Wirtschaft mit ihnen teilt. Diese besteht meist darin ein Pferd zu warten oder seinen Herrn zu begleiten, ihm die Kleider nachzutragen wenn er ins Bad geht oder die Pfeife wenn er ausreitet. Tausende von Sklaven die Kavechi und Tuntuntchi haben kein anderes Geschäft als Kaffee zu kochen und die Pfeife im Stand zu halten. Fast immer endet die Sklaverei nicht bloß mit einer Freilassung sondern auch mit einer Ausstattung fürs Leben. Gewöhnlich heiratet der Sklave die Tochter des Hauses und wenn keine Söhne vorhanden sind setzt ihn der Herr zu seinem Erben 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 Sind doch die Schwiegersöhne des Großherrn gekaufte Sklaven und lässt sich doch von den meisten Würdenträgern des Reiches der Marktpreis nachweisen. Viel härter als das Los der Sklaven im Orient scheint mir das Verhältnis der Frauen bei der Ausdehnung in welcher der Türke die materielle Gewalt über das schwächere Geschlecht übt. Die Ehe ist im Orient rein sinnlicher Natur und der Türke geht über das ganze Brimborium von Verliebtsein Hofmachen Schmachten und Überglücklich Sein als ebenso viele Faufree hinweg zur Sache. Die Heiratsangelegenheit wird durch die Verwandten geregelt und der Vater der Braut bekommt viel öfter eine Entschädigung für den Verlust eines weiblichen Dienstboten aus seiner Wirtschaft als dass er der Tochter eine Aussteuer mit gebe. Der Tag, an dem die Neuvermehlte verschleiert in die Wohnung ihres Gemahls tritt, ist der erste, wo dieser sie erblickt und der letzte, an welchem ihre nächsten männlichen Verwandten ihre Brüder selbst sie sehen. Nur der Vater darf ihren Harem noch betreten und übt auch später immer eine gewisse Gewalt über sie. Harem heißt wortlich Heiligtum und die Vorhöfe der Moscheen tragen denselben Namen. Diese Art die Ehen zu schließen bedingt schon an sich die Leichtigkeit sie wieder zu lösen. Ein vorgesehener Fall, für den die Rückzahlung des etwaigen Heirats Gutes und eine Geld und eine Geld festgesetzt wird. Ob schon das Gesetz den rechtgläubigen vier Frauen erlaubt, so gibt es doch nur wenige Türken, die reich genug wären, um mehr als eine zu heiraten. So viele Frauen, so viele besondere Haushaltungen und Wirtschaften muss er haben, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass zwei Frauen in einem Kornak, also einem Wohnhaus, sich durchaus nicht vertragen. Dagegen gestatten Gesetz und Sitte dem Moslem, so viele Sklavenen zu haben, wie er will. Nicht der mindeste Makel haftet an der Geburt eines Sohnes der Sklaven. Diese steht unter dem Befehl der eigentlichen Kadün oder Hanum, der Frau vom Hause. Welch reiche Quelle sind aber von Zwist und Hader, von Eifersucht und Renken ein solches Verhältnis ergibt, ist leicht einzusehen. Die Weiber sind streng bewacht und von allem Umgang außer mit Frauen geschieden. In diesem Punkt sind alle Muselmänner einverstanden und die Reformen werden gewiss zuallerletzt in die Harems dringen. Die Fenster sind mit Holz gettern und dahinter von oben bis unten mit dichtem Rohrgeflechte geschlossen, sodass niemand von außen das Mindeste von innen sieht. Gewöhnlich gestattet ein kleines rundes Loch diesen Gefangenen ein Blick hinaus in die schöne freie Welt. Oft aber siehst du auch 20 bis 30 Fuß hohe Bretter Verschläge, welche den reizenden Anblick des Bosporos verstecken, damit die vorüberfahrenden Kaiks mit Männern nicht von den Frauen bemerkt werden. Es ist freilich bequemer, der einzige Mann zu sein, den die Frau sieht, als unter vielen der liebenswürdigste. Auf Promenaden, in den Kehen oder im Wagen sitzen Frauen stets nur mit Frauen beisammen. Wenn der Mann seiner Gattin auf der Straße begegnet, so wäre es die größte Unschicklichkeit, sie zu grüßen oder nur Miene zu machen, dass er sie erkenne. Deshalb ist auch der Anzug der Frauen in ihrem Hause ebenso übertrieben frei, wie er außerhalb übertrieben verhüllt ist. Ein weißer Schleier bedeckt das Haar und die Stirne bis zu den Augenbrauen, ein anderer Kinn, Mund und Nase. Die größte Form in dem Schicksal der türkischen Frauen besteht darin, dass bei Begünstigten wie denen des Großherrn die Nasenspitze und ein paar Locken an den Seiten sichtbar geworden sind. Der Rest des Körpers bedeckt ein weites Gewand mit einem leichten schwarzen, hellblauen oder braunen Stoff. Ebenso unschön ist die Fußkleidung aus ledernen Strümpfen und Pantoffeln bestehend, die bei den Türken in gelb, bei den Armenierinnen rot, bei den Griechen in schwarz und bei den Jüdinnen blau sind. So schleichen sie langsam und schwankend wie Gespenster Anblicks einher. Gewiss sind die Gesichter der Türkenen im Allgemeinen sehr schön. Fast alle Frauen im Orient haben den köstlichsten Tarn, wundervolle Augen und breite, gewölbte Augenbrauen. Wenn diese über der Nase zusammenstoßen, so ist das eine Schönheit und türkische Frauen ersetzen den Mangel jeden Reizes, indem sie mit schwarzer Farbe einen Stern oder einen Halbmond zwischen die braunen malen. Auch wird der Schwärze der Wimpern nachgeholfen, indem sie einen gefärbten Zwirnsfaden zwischen den Augenlidern durchziehen und die Nägel, selbst das Innere der Hand und oft auch die Fußsohlen werden mit Henna rot gemalt. Die beständig sitzende Lebensweise hat aber den türkischen Frauen aller Anmut der Bewegung die Einkerkerung jede Lebhaftigkeit des Geistes geraubt und sie stehen in Hinsicht und auf Bildung noch eine Stufe unter den Männern. Wer sich durch Tausende und eine Nacht verleiten lässt, das Land der Liebesabenteuer in Türkei zu suchen, kennt die Verhältnisse wenig. Bei den Arabern mag es anders gewesen sein, aber bei den Türken herrscht in dieser Beziehung die trockenste Prosa. Ich glaube, dass aus dem, was ich oben beschrieben habe, hervorgeht, dass es zu Liebesintrigen den Frauen an Temperament, wenigstens an Geist, den Männern aber an Möglichkeit fehlt. Wird eine türkische Frau jedes Treubuchs mit einem Moslem überführt, so verstößt sie ihr Gemahl mit Schimpf. Hatte sie aber Verkehr mit einem Raya, das heißt mit einem christlichen Untertan der Pforte, so wird sie noch heute ohne Gnade ersäuft und der Raya gehängt. Ich selbst bin Zeuge dieser letzten Barbarei gewesen. Auf einem Spaziergang auf der asiatischen Küste begegnete sich unlängst einer Schar schwarzer Sklavenen, die, ich glaube, aus Oberägypten kam, wo die Weiber ebenso garstig wie die in Nubien schön sind. Der ganze Anzug dieser Damen bestand aus einem Stück Sacklandwand. Dennoch fehlte der Putz nicht, denn blaue Glasringe umgeben die Knöchel und Handgelenke und das Gesicht war durch tiefe Einschnitte in die Haut verschönert. Sie drängten sich um mich und riefen aus rauer Kehle mit großer Lebhaftigkeit unverständliche Worte. Ein alter Türke, ihr Führer sagte mir, dass sie fragten, ob ich eine von ihnen kaufen wolle. Eine solche Sklaven kostet durchschnittlich 150 Gulden, etwas weniger als ein Maultier. Auf dem Sklavenmarkt in Konstantinopel habe ich die weißen Sklaven nicht sehen dürfen. Von Schwarzen saß eine große Zahl im Hof. Sie warfen sich mit Gier über das Backwerk, das wir unter sie verteilten und alle wollten gekauft werden. Armenisches Familienleben Spaziergang am Bosporus Arnaut Göl den 12. Februar 1836 Das Haus, in dem ich wohne, ist sehr groß und ausgedient. Sein Fuß wird von den Wellen des Bosporus bespült. Die Rückseite aber steigt an der hohen Felswand empor, sodass man aus dem dritten Stock auf die Terrasse des Gartens hinausschreitet. So gut nun auch nach hiesiger Art mein Wirt ereingerichtet ist, so befindet ist, ein Einziger Ofen. Man setzt höchstens Kohlebecken ins Zimmer. Die Leute sitzen auf ihren Beinen mit drei bis vier Pelzen übereinander und kümmern sich wenig, ob Türen oder Fenster offen stehen. In meinem unglücklichen fränkischen Anzug komme ich dabei schlecht weg. Mein Trost dabei ist der Tandour im Verhandlungssaal. Der Tandour ist ein Tisch, über den eine sehr große gesteppte Decke gebreitet wird, sodass sie auf allen Seiten bis zur Erde herabhängt. Darunter steht ein Kohlenbecken und ein niedriger Divan umgibt den Tandour. Wenn man die Beine unter diesen Tisch steckt und den Teppich bis an die Nase hinauf zieht, so kann man es schon aushalten. Die ganze Familie drängt sich hier zusammen, es wird geplaudert, SKT, Domino oder Trick Track gespielt, einige rauchen, andere schlafen, die meisten tun gar nichts und jeder macht, was ist ihm beliebt. So sitzen wir bis 2 Uhr morgens zusammen. Bei dieser gänzlichen Ungezwungenheit herrscht doch unter den Armeniern eine strenge Etikette in der Familie selbst. Wenn der Vater eintritt, so erheben sich die Söhne, die oft selbst schon Männer von 50 Jahren sind, ebenso vor der Mutter. Der jüngere Bruder raucht nicht eher, als bis der Ältere ihn dazu einlädt. Die Frauen stehen aber vor jedem Mann auf. So oft ein neuer Gasteintritt wird Kaffee getrunken und das geschieht wohl 20 Mal an einem Tag. Zwischendurch wird Eingemachtes herumgereicht, jeder nimmt einen Löffel voll und trinkt ein Glas Wasser nach. Dabei ist es Brauch jedem, der getrunken hat, Afiyet lehr olsum, wohl bekommt es, zu sagen, und eine Bewegung mit der Hand an Brust und Stirn zu machen. Jeden Tag werden regelmäßig zwei Mahlzeiten eingenommen, die erste um 9 Uhr oder 10 Uhr morgens, wo es im Sommer noch kühl ist, die zweite bei Sondenuntergang, wo es wieder kühl wird. Die Küche ist ganz türkisch, Hammelfleisch und Reis bilden das Fundament der Mahlzeit und eine um die andere der zahlreichen Schüsseln ist ein süßes Gericht. Der Wein ist den Armeniern natürlich erlaubt. Was ich sehr rühmen muss, sind die kleinen kalten Schüsseln, von denen jeder zwischendurch nach Belieben zulangt, die Austern, Muscheln und Hummer, der Kaviar, Käse, Oliven, Ziegenrahmen, Zwiebeln, türkischer Pfeffer, Ingwer, Salate, Sardellen, Krappen, Fischleich, Krebse, Schnittlauch und Früchte aller Art. Arnautköy hat eine wunderschöne Lage an einem der engeren Stellen des Bosporus. Unter meinem Fenster ist, was man hier die Iskele nennt, den Landeplatz des Dorfes. Dort herrscht stregiges Treiben und gelärmendes Gewühl, denn die Griechen, welche die Mehrzahl der Einwohner bilden, sind heute noch ein geschwätziges Volk. Eine Menge von Kaiks wartet hier auf Gäste. Istanbular, nach Stambul, rufen die Türken. Istanbuli, zur Stadt die Griechen. Die mächtigsten Schiffe ziehen hier so nahe am Ufer vorbei, dass bei stürmischem Wetter oft die Rahnen der Masten Fenster einstoßen. Hin und wieder brust ein Dampfschiff vorüber. Lange kämpft es mit dem Strom, der mit dunklen, hüpfenden Wellen um die Spitze von Arnautköy herumwirbelt. Die kleinen Machen lassen sich dort etwa 200 Schritt hinaufziehen und eine Menge armer Leute wartet auf dem Kai, um den Ankommenden ein Seil zuzuwerfen. Ein köstlicher Spaziergang führt von hier aus längs des Ufers um die freundliche Bucht von Bebek. Unter mächtigen Platanen erhebt sich dort eine zierliche Moschee und ein Kiosk des Großherrn. Hier wurden eine Menge vornehmer Türken, unter anderem mein Freund, der Hekimbashi oder Proto-Medico. Obwohl er an der Spitze des ganzen Medizinalwesens des Reiches steht, so hat er doch nie Medizin studiert. Dagegen besitzt er einen prächtigen Garten mit einem seltenen Rosenflor, welcher in Terrassen die hohe Bergwand ersteigt. Dann geht es längst ein Begräbnisplatz mit schönen Zypressen bis zu einem alten Schloss, dem gewöhnlichen Ziel meiner Promenade. Denn hier tritt die Straße zwischen hohen Häusern, die jede Aussicht versperren. Niemand nimmt hier Anstand, sich mitten auf der Straße oder wo es ihm gerade gefällt hinzusetzen, eine Pfeife zu rauchen oder Kaffee zu trinken. Für diesen Zweck gibt es auch am Bosporus reizende Plätzchen. Der Fuß der riesenhaften Platanen ist gewöhnlich mit einem niedrigen Terrasse umgeben. Daneben finden sich auch allemal eine Fontäne und ein kleines Kaffeehaus, aus dessen Dach oft mächtige Baumstämme hervorwachsen. Man breitet dir sogleich eine Bastmatte und einen Teppich aus, wenn du dich legen oder stellt einen niedrigen Rosenschemel, wenn du sitzen willst. Das Rohr und die Wasserpfeife sind schon bereit und der Kaffee versteht sich von selbst. Das jenseitige asiatische Ufer ist so nahe, dass man die Leute erkennt, die dort herumwandeln. Scharen von Delfinen tanzen um die großen Schiffe, welche auf- und abgleiten und dicht vorüberziehen in ununterbrochener Folge die Kais mit Frauen, mit vornehmen Effendis, mit Mullahs und mit Fremden. Gestern saß ich an einem solchen Ort, als das große Kaik des Padischa schnell herangeschossen kam. Die lange, reichvergoldete Spitze mit der Seemöwe als Fahrzeichen, schnitt wie ein Pfeil durch die Flut und 14 Paar Ruder bezeichnen durch einen schneeweißen Streif auf der dunkelblauen Fläche die Bahn des kaiserlichen Lachens. Auf dem Hinterteil desselben erhebt sich ein Ballachin, unter dem der Beherrscher der Gläubigen auf roten Samtpolstern sitzt. Vor ihm kniet seine Empagen. Hinter ihm steht der Reiß oder Steuermann am Ruder. In einiger Entfernung folgt stets ein eben solches Kaik leer, denn das herkommen will, dass der Großherr die Rückfahrt nie in demselben Fahrzeug macht, in dem er gekommen ist. Sobald man das Kaik des Hunkjahr wörtlich Erwürger Henker das ist einer der Ehrentitel des Padishah erblickt, sprang alles auf, verbarg sich hinter der Fontäne und den Bäumen und man winkte mir zu, dasselbe zu tun. Sultan Mahmud hat diese Art von Ehrenbezeigung bereits verboten, aber den Reiß setzt der hundertjährige Schrecken noch tief in den Gliesern. aus ein Schrecken schrecken von Schrecken zu schrecken Vielen Dank.